Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Video, in dem es darum geht, wie du mit negativen Menschen besser umgehen kannst. Dieses Thema wurde sich nämlich gewünscht und was gibt es Besseres zum Montag, als Dinge aufzuarbeiten, die da schon lange auf einer Liste stehen. Deswegen heute das Live zum Thema Umgang mit negativen Menschen. Wir müssen aber ein bisschen vorne starten. Denn erstmal ist ja wichtig zu erkennen, was sind denn negative Menschen? Was sind denn Menschen, mit denen ich den Umgang vielleicht verändern sollte? Also was definiert negative Menschen? Und da kann jeder für sich schauen, was für einen störend ist. Negative Menschen, finde ich, definiert sich am besten daraus, dass du dich nicht gut fühlst, nachdem du dich mit ihnen getroffen hast. Ich finde, das ist der beste Indikator dafür, dass da ein Mensch war, der dir Energie geraubt hat, der nicht dazu beiträgt, dass du dich besser fühlst. Und ich weiß, dass das ein super schwieriges Thema ist, weil negative Menschen sich einfach oft in unserem unmittelbaren Umfeld befinden. Das können zum Beispiel Arbeitskollegen sein, das kann die direkte Familie sein. Und das ist dann, dann kann man nicht einfach sagen, ja gut, denjenigen treffe ich jetzt einfach nicht mehr fertig. So einfach ist das Ganze halt leider nicht. Aber im ersten Schritt darfst du erstmal für dich herausfiltern, was sind denn Menschen in meinem Leben, die mir nicht gut tun? Wen würde ich als negative Person bezeichnen? Wie gesagt, es ist ein Indikator, wenn du dich nach dem Treffen einfach schlecht fühlst. Es sind Indikatoren, wenn du selber merkst, dass du in Gegenwart desjenigen in negative Verhaltensmuster rutscht. Also wenn du mit demjenigen vielleicht viel lästerst, viel jammerst, selber sehr negativ redest, obwohl du das eigentlich im normalen Alltag für dich schon gut hinbekommen und gut geswitcht hast. Also wenn du in Gegenwart desjenigen auch negativ wirst. Vielleicht bist du auch in Gegenwart dieser Person ungeduldig gegenüber deinen Kindern, weil derjenige dich in einer bestimmten Art und Weise triggert. Oder du an dich den Anspruch hast, wenn du im Kontakt mit dieser Person bist, dass du dann die perfekte Version von dir als Mutter darstellen musst. Oder dass dann die Kinder besonders leise sein müssen und dann wirst du vielleicht strenger mit ihnen. Und dann würde ich dir empfehlen, mal so eine Liste zu schreiben. Und dann kann man diese Menschen in Kategorien stecken. Also wer steht da auf deiner schwarzen Liste? Also wer sind so Menschen, wo du sagst, mit demjenigen geht eigentlich gar nicht? Gar nicht. Fühlt sich scheiße für mich an. Habe ich null Positives von dieser Beziehung? Bringt mir gar nichts. Wer steht auf dieser schwarzen Liste? Und dann kann man vielleicht Menschen aufschreiben, die orange sind, die so in diesem Bereich sind, wo man sagt, mal so, mal so. Die können auch mal gute Tage haben und dann fühlt sich das richtig gut an. Oder das sind vielleicht Menschen, wo ich einfach die Handhabe habe zu sagen, okay, ich gehe in diesem Kontakt und habe mich vielleicht vorher energetisch abgeschirmt. Und ich kann da gut Grenzen setzen. Ich kann denjenigen vielleicht mitnehmen auf meiner Reise, um zu sagen, hey, so und so habe ich es geschafft, ein bisschen positiver zu werden. Also orange sind so Menschen, wo man sagt, ja, die sind schon ein Stück weit negativ, aber das kann man vielleicht noch besser handeln. Und dann würde ich auch mal eine Kategorie grüne Menschen machen. Grüne Menschen sind halt eben die positiven Menschen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, die wenigsten von uns haben da viele Leute, die in den grünen Bereich gehören. So schlimm das eigentlich ist, aber das ist eben so ein roter Faden, der sich durch unsere Gesellschaft zieht, jammern, meckern, lästern, schlecht über andere reden, aber ja nicht irgendwie einen positiven Blickwinkel auf die Dinge und auf die Menschen, auch mehr Mitgefühl und Empathie füreinander. Also kategorisiere die Menschen in deinem Umfeld doch mal in diese drei Kategorien. Wenn schwarz ist, geht so gar nicht. Orange, kann man einen Weg finden. Und grün, das sind die Menschen, mit denen ich eigentlich mehr Zeit verbringen möchte. Und die dürfen auch online sein. Online können aber tatsächlich auch die negativen Menschen sein. Den kannst du dann gerne einfach entfolgen. Aber auch hier gilt dieses, ich muss erstmal rausfinden, welche, zum Beispiel Instagram-Accounts, mich schlecht fühlen lassen. Welche geben mir zum Beispiel das Gefühl, es nicht zu schaffen, eine schlechte Mutter zu sein, dass mein Haushalt halt immer aussieht wie Sau. Dass meine Kinder nicht den ganzen Tag weiße Klamotten tragen können. Ich weiß es nicht. Die Leute, die in deiner Kategorie schwarz sind, im besten Fall Kontaktabbruch. Also wenn das Freunde sind oder Bekannte, dann breche den Kontakt einfach ab. Und dann obliegt es dir, das einfach so zu tun, ohne dann noch eine Erklärung hinterher zu schieben oder es einfach zu erklären. Und dann muss man ja nicht sagen, du bist ein Riesenarsch, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern man kann auch einfach sagen, ich möchte mich jetzt mehr auf mich konzentrieren. Und gerade brauche ich Abstand von dir. Gerade hilfst du mir nicht auf meinem Weg. Und ich möchte das gerade einfach besser für mich regeln. Also bei wirklich negativen Menschen ist Kontaktabbruch das Beste, aber auch mitunter das Schwierigste. Und ich weiß, die Followerin, von der ich die Anfrage zu diesem Thema bekommen habe, hat diesen negativen Menschen in ihrem direkten Umfeld. Also in der direkten Familie. Und du kannst den Kontakt zu deiner eigenen Mutter abbrechen. Oder zu deiner Schwiegermutter oder Schwester oder Tate. Kannst du. Aber es ist super, super schwer. Und es braucht einiges an Überwindung. Aber erstmal so die Erlaubnis. Du darfst auch den Kontakt zu deiner Mutter abbrechen. Wenn es dieser negative Mensch für dich ist, der dir nicht gut tut. Aber ich verstehe, dass das natürlich ein super krasser Schritt ist. Also was kann man vielleicht stattdessen tun oder auch tun? Du kannst für dich ganz klare Grenzen setzen. Du kannst für dich sagen, über diese Themen möchte ich mit diesen Menschen zum Beispiel einfach nicht reden. Dann machst du auch einfach das Thema nicht auf. Oder wenn das Thema aufkommt, sagst du, da habe ich heute eigentlich nicht so Lust drauf. Lass uns über was anderes sprechen. Du kannst dich, wenn dir das System ein bisschen vertraut ist, energetisch abschirmen, bevor du in Kontakt mit demjenigen trittst. Bevor ihr telefoniert, bevor ihr euch trefft, kannst du dir vorstellen, wie du entweder eine Ritterrüstung anziehst und all die Negativität an dir abprallt oder wie du dich in einer Luftblase befindest und eure Blasen sich zwar berühren, aber nicht vermischen können. Je nachdem, was da für dich am besten passt. Und du kannst einfach auch ganz klar kommunizieren. Du kannst sagen, hey, zwei Stunden, das ist mir ein bisschen viel, lass heute nur eine halbe Stunde treffen. Vielleicht ist es dir auch angenehmer, denjenigen unter freiem Himmel zu treffen. Er hat auch so einen energetischen Aspekt, wenn das alles so ein bisschen freier ist. Man geht halt zusammen spazieren oder auf den Spielplatz. Oder was ich auch schon mal empfohlen habe, das war dann gerade so eine Person, mit der man halt oft telefoniert hat, zu sagen, ich gehe in das Gespräch mit einem ganz konkreten Ziel, was ich habe. Ich möchte zum Beispiel klären, wie Geburtstag von XY abläuft. Das ist mein Ziel und über was anderes sprechen wir nicht. Ich lasse mich nicht einlullen in jammern, meckern, lästern. Dagegen wehre ich mich einfach. Da kannst du im Vorfeld schon überlegen, wie kann ich das verbal äußern? Wie kann ich das kommunizieren, dass ich über dieses Thema nicht sprechen möchte, dass ich heute nicht mit demjenigen lästern möchte, mich über Corona, Krieg oder Ausländer aufregen möchte. Also reflektiere gerne im Vorfeld, was sind so die Themen, die es mit demjenigen schwierig machen. Was möchtest du einfach nicht mehr besprechen? Und dann ist es ein Prozess. Dann ist es immer wieder ein Reflektieren. Wenn ihr ein Treffen hattet, das Treffen zu reflektieren, konnte ich hier schon alle meine Regeln, die ich mir vielleicht aufgestellt habe, einhalten. Und wenn nicht, okay, das ist ein Prozess. Dann beim nächsten Mal. Irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, wo du schon einfach eine ganz andere Haltung hast. Der andere vielleicht gelernt hat, darüber brauche ich mit dir gar nicht sprechen. Oder aber du viel schneller merkst, wenn das jetzt hier sich zu einer Situation entwickelt, die dir nicht gut tut. Und dann kannst du immer die Situation verlassen, ich muss mal schnell auf Toilette. Und dann hat sich dieses Gespräch gerade schon wieder aufgelöst. Oder eben du selber klarer wirst, nee, darüber möchte ich eigentlich gerade nicht sprechen. Lass uns doch lieber über was Schönes reden, über den Sonnenschein, über das leckere Essen, was wir gerade hatten, über das tolle Erlebnis, was die Kinder letztens hatten. Oder, 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 oder. Also auch schon im Hinterkopf so ein paar Themen vielleicht haben, wenn es gerade um Familienmitglieder geht, wenn es in eine negative Richtung abrutscht, entweder sich zu entfernen oder ein neues positives Thema aufzuschlagen. Aber das ist einfach ein Prozess. Da darf man liebevoll mit sich selbst sein, dass das nicht von heute auf morgen sich ändert. Und man darf aber auch Mitgefühl für den anderen haben. Der ist ja nicht per se böse auf die Welt gekommen. Der ist ja auch nur ein Ergebnis seiner Kindheit, seiner Eltern, wie er aufgewachsen ist, wie seine Lebensumstände sind. Und da darf man in einem gewissen Maße Mitgefühl und Verständnis haben. Und wenn man das in diesem Rahmen sieht, nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit der Schwiegermutter. Die ist nur so aufgrund ihrer Kindheit, aufgrund dessen, was sie schon erlebt hat. Vielleicht gab es da Schicksalsschläge, die sie dahin gebracht haben, dass sie heute der Mensch ist, der sie ist. Und wenn ich mit diesem Mitgefühl und diesem Verständnis in das Treffen, in das Gespräch gehe, macht das für mich auch schon vieles einfacher, wenn ich einfach Verständnis für den anderen habe. Ich muss das deswegen nicht gutheißen oder gutfinden. Aber es hilft zu sehen, derjenige ist nicht per se böse auf die Welt gekommen. Und er führt dieses Gespräch nicht mit mir, um dafür zu sorgen, dass ich mich schlecht fühle. Das ist nicht seine erste Intention. Er ist so aufgrund der Dinge, die er erlebt hat. Das hilft manchmal einfach auch schon sehr. Und dann habe ich einfach auch oft schon aus eigener Erfahrung erlebt, dass sich entweder zum Beispiel Freundschaften auflösen, wenn man merkt, der eine entwickelt sich in die eine Richtung und der andere zieht da einfach nicht mit, dass sich das einfach ohne ein größeres Trara oder Streit aufgelöst hat. Und dass man im Gegensatz dazu dann Menschen anzieht, die eben auch positiv sind, weil ich das selber ausstrahle. Und dann ziehe ich Menschen an, die eben auch diese positive Ausstrahlung haben, die sich davon angezogen fühlen, einen Menschen kennenlernen zu wollen, der ebenfalls positiv ist. Oder eben in Familienkonstellationen, dass die was von deiner Positivität mitnehmen. Also ich habe zum Beispiel aufgehört, mit meinen Großeltern diskutieren zu wollen. Auch wenn ich zu einigen Themen sehr starke Meinungen vertrete. Aber im Gespräch mit meinen Großeltern ist es mir die Negativität, die dabei entsteht, nicht wert. Und dann lasse ich das Thema einfach. Dann behalte ich auch einfach mal meine Meinung für mich. Das ist ja keine Schwäche oder ein Fehler, den ich da begehe. Ich habe ja trotzdem noch meine Meinung, für die ich an anderen Tagen gerne einstehe. Aber ich möchte mich zum Beispiel nicht mit meinen Großeltern streiten. Die sind beide über 80 Jahre alt. Ich möchte gerne mit denen noch eine schöne Zeit haben. Und wenn die in meinem Beisein homophobe Äußerungen machen, dann kann ich da mal kurz einen Satz dazu sagen. Und dann kann ich das Thema auch sein lassen. Die wissen auch, worüber sie mit mir diskutieren müssen und worüber nicht. Und da wird auch oftmals dann einfach das Thema fallen gelassen. Klare Grenzen setzen. Für sich, für den anderen, für die Beziehung, die man zueinander hat. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen Aufschluss darüber geben, wie ich den Umgang mit negativen Menschen handhabe. Was ich auch schon Klientinnen mit auf den Weg gegeben habe. Was ich für mich so gelernt und erlebt habe. Solltet ihr zu dem Thema noch Fragen haben. Könnt ihr die entweder gerne in die Kommentare schreiben. Teilt mir auch gerne eure Meinung zu dem hier Gesagten in den Kommentaren mit. Oder schreibt mir, wenn euch das lieber ist, weil es privater ist, auch sehr, sehr gerne eine Nachricht. Und dann hoffe ich an diejenigen, die sich das Thema gewünscht hat, dass ich das zu deiner Zufriedenheit hier dargelegt habe. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Euch noch einen wundervollen, positiven Tag voller positiver Menschen. Schauspiel. Schauspiel. Schauspiel.